und damit herzlich willkommen zurück zu fallout london in der letzten folge sind wir endlich im cent pols angekommen roten kommen was in dieser folge machen wir haben irgendwo dann unser lied verloren ich muss jetzt immer wieder ich wusste nicht dass unterschiedlichen verschiedenen fisch bekommt ja noch eine application der affliction haben wir hier ist aber leppen hat ihr sagt irgendwas von donation boxes sind so ich würde durchaus zu reden ich bringt ja was ein box wie wir jetzt habe ich das so ja so kann ich nicht mehr mit interagieren kann ich vielleicht mit der noch geno ist patron plus 5 xp das ist wahrscheinlich sowas wie wenn man gepennt hat apropos kann ich irgendwo pennen um den bonus auch einzustreichen machen wenn du spät schon mich will lässt es jetzt bekommen der kann ich nicht beide gleichzeitig haben okay gucken wir mal mit wem wir alles reden können mit der rede passiert nichts in chris settler in chris settler und schon alles aus ihrem drops in cream ich kann nicht reden du bist nur ein generik settler du bist ein generik settler ja komm was ich verkaufen kann nicht schlecht das behalten das aber nicht weil es ein weiter ding ist schon dafür nicht so gott war kann ich nicht benutzen habe ich das auch nicht das auch nicht das kann ich müssen das gleichwohl sie kann ich benutzen das kann ich nicht benutzen das kann ich nicht benutzen und das auch nicht und das auch nicht so viel jetzt brauche ich auch nicht und schon schuldigt ihr geld so den ganzen alkohol kann ich laufen und hier dran nukleaire material spritzen warum die sachen kaufen die keine extras haben das ding hat ein extra aber das kann zum beispiel weg das kann auch weg das kann weg das kann weg spritzen kann auch weg grüße sich alles was mit radiation befallen ist wie viel hat er ja 265 und weg bis hinweg doch nur auf jeden fall gebeck mit dem scheiß bumbelsteak gibt eine menge nach dem 30 für 60 minuten das kann man nicht verkaufen aus irgendeinem grund davon zum beispiel habe ich viel zu viele aber reicht wir sind auf 68 und 78 das soll reichen du bist auch in so einem settler auch nichts zu sagen du vielleicht hier soll ich reden wer bist du ich bin Fr. Luke, ich beziehe die Quarters. Ich auch so und koche. Hier bei St. Pauls müssen wir alle viele Titel haben. Ah, ist das so? Aber investigieren ist so ein wunderschönes Wort. Ich war wirklich nur was zu tun. Bishop Wailer ist ein wunderschön und wunderschönes Mann. Die Leute lieben sich davon auszusehen. Lazarus war einmal eine solche Person. Wenn du mich fragst, ist er nichts mehr als ein smuggler. Ich habe zwei wunderschönes und wunderschönes. Das ist alles, was ich brauche. Lazarus hatte nur eine Sache auf seinem Kopf. Er ist keine Wunderschönes. Zigaretten, Chemn, Poli-Nasties. Er hat keine Grenzen. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Hm. Hast du Beweise? Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich habe keine Ironclad-Evidence. Nur rumour. Das ist jetzt nicht wichtig. Lazarus ist weg. Dann wieder. Wenn jemand über die Erinnerung durch seine Erinnerung ist, könnte man eine Beweise finden, wo er hinweist, als auch die viel-needigen Beweise. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich mag dich nicht. Du bist lasst inximiert. Oip! What can I help you find? Take a look. Apple Pound. Okay. Until next time. Sanctuary Settler. Um. Floating Store. Ich muss gleich mal gucken, was da oben ist. Ich muss gleich mal gucken, was da oben ist. That's da muss. Siehst du aber nicht, was ich finden wollte. Oh, hi. Was? Was ist das für ein Gift gerade gewesen? Äh. Ja, was braucht ihr dort denn? Ah. Ich weiß vier, die noch in alten Blight. Alle in der Borough von Bromby. Eine an der Polizei. Eine an der College. Eine andere in dem Museum. Und eine an dem Flugzeug. Welche würden Sie über wissen? Äh, das ist immer von der Polizei. Diese Chorister. Na ja, wie es in Hebrüse sagt. Ich werde ihre Wachstum geben und werde ich ihre Schmerzen nicht mehr erinnern. Aber die Polizei bleibt immer ihre Hymnale in Evidence. Ein bisschen Blut würde nicht zu viel abstrainer die Wachstum, denkst du? Aber? Ein College? Aber die Szene war nicht gemacht von Dingen, die sind visibles. Die Kirche und ich sagen, dass dieser briller Junge voluntiert sein, seine Sprache glänzende Sprache, während er produzierte Arme glänzende Sprache. Entfernt seine Farbe irradiate in der Schütung. Okay. Ihr seid alle sehr schwierig in diesem Sanctuary. Oh, irgendwie finde ich die alle hier sehr Hippocrate. Ja, man darf ruhig stehlen für den Vater. Weil Donald Steel ist zwar eins der Ten Commandments, aber hey! Wenn es für den Lord ist. Du siehst, wie du hast gute Nachrichten. Was hast du gefunden? Aha! Ich wusste, dass er die Schmerzen verkauft hat. Der gute Lord hat immer gefordert. Aber dieses, Lazarus wird bestimmt verabschiedet. Du bist so ein Arsch! Ich will gerne fragen, ob er sich nicht schlecht fühlt für Lazarus, aber wahrscheinlich nicht. Warum sollte ich? Viele vulnerable Leute kommen zu uns, wenn sie nicht mehr gehen können. Er hat das verabschiedet. Ah! Schau! Dieser Name, Bones. Es ist sicherlich ein Codename, möglicherweise referring zu jemanden in den Centurien. Vielleicht ist es der Chef. Nach allem, er arbeitet mit Bones. Vielleicht ist es der Untertaker. Keine mehr Codename für ihn. Dann wieder. Es könnte sein der Frischmann. Er war ein Mercenarier. Ich kenne dich noch einmal auf. Find diese Bones. Und du findest Lazarus. Und ich bekomme eine Chance, um diese Schmerzen zu retten. Was ist eigentlich gegen Lazarus? Ich habe die Schmerzen zu retten, sogar die meisten innozenden von Salen. Ich wünsche mir nicht, dass das hier auch passiert ist. Du wirst verstehen, wenn du die Dinge gesehen hast, die ich gesehen habe. Fühlt sich nicht so an. Brauchst du nicht einschreiben? Ich bin halb mute, also muss ich so sprechen. Nein, warte. Das funktioniert nicht. Warte mal. Was hast du gesagt? Ich bin halb tot. Das wiederum macht Sinn. Weil ich kuchen mag. Wo sonst wäre ich ein Chef? Was? Kebs, warum würde ich das machen? Ich denke... I mean... Ich suche meine Sachen, war, jetzt...? wofür lassen denn okay dachte aber vielleicht ein versteck oder sowas auch nicht reden ist ja nicht sehr aufstoßreich was ist du riftiger wow Hey, Christopher. Hey, I don't give a shit off. You promise? Oh, God. I didn't... I didn't mean to... To buy so many. I just couldn't sleep. Kept seeing the... Corpses. Those... Those eyes. Watching me. I prayed, but... The eyes didn't go away. Lazarus saw me. He knew I was suffering. Offered me some new help, and I... I couldn't stop. It's the only way I could sleep. I don't know where he is. He disappeared again. And pretty soon, I'll be out of Wonderland. You know what? It's for the best. Here. My last dose. Take it. Please. This is Wonderland is special. I've got a weird smell. Reverend Francis might know, he's the resident bookworm. Hmm. The Reverend also. Mit ihm haben wir gerade schon gereden. Das war der... Ich glaube. Wer uns zum Stilen anstiftet. Hi. How are you? Hi. Uh... Yeah. If you're trying to rid yourself of your addiction, we can help you, child. But until then... Hmm. Strange. This smells of cheeseweed. A very peculiar flower. We have a small patch of them at the back of the sanctuary gardens. I'll dispose of this and ask no more. I do not wish to meddle in the lives of my brothers and sisters. Good luck. Ich mag nicht... ...such aus mehr als... ...den anderen Fahrer hier. Deutlich mehr sogar. Du stimmstest mich sofort zum Stählen ane. Nichts ist bis zu kein Judgmental-Harschlauch. Cheese flower. Cheese weed. Ich nehme die mal alle mit. Wow. Oh. 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 Du Arsch. Warum würde es so ein Biefi das gehen? Ja. Offensichtlich will er die hier... ...das sind schon verraten, aber trotzdem. Äh. Nee. Muss ich nicht noch bei dem Typen reporten, den ich nicht mag? Wo war denn der jetzt noch mal? Äh. Hier? Nein. Das ist die... ...kathentrale selbst. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. So, wo kommt denn hier hin? Irgendwas Magazin hier oben. Der Innenraum gibt mir wieder Schwindel. Ich weiß nicht warum. Der Receiver, für welche Waffe? Ich werde euch leiser. Das ist ein Ticket. Was ist denn der Block, Mensch? Nur Waffenwerkbank. Nur Waffenwerkbank. Hellow-on ist sie gehofft. die magazine zu finden aber bisher nichts zehn millimeter er wurde vorwärts ist aber ich habe wieder noch überhaupt keine orientierung das ist und französ egal ist das würde ich mich ja wenn du sagst und ich gebe mir einfach mal nicht mit sind es hat maschinen dann warte dir hier das ist einfach nur das den gang ist jetzt nicht so ungewöhnlich war sehr billig herzustellen was vor allem daran dass sie es mittel war so hat ja da werde ich definitiv nicht zum friseur gehen ich würde meinen eben gern behalten ich kenne die geschichte ist wirklich nicht genug um zu wissen ob es da irgendwie gab wer so schlug mich nicht ich will dich nicht mehr schlug mich nicht mehr doch wo du bist das ist nicht dein außer dass du in der gengert und dann kannst du dich ich empfie mich nicht mehr schlug mich nicht mehr sie haben sie zu Ende meine Leben Shut the hell up! One of us won't believe in this place. And let it be known that this deceiver is in fact a member of the gentry. He's been pretending to be poor and empathetic to us. But the truth is, he's a bonafide, blue-blooded, aristocratic gentry arse-face. He's probably been sizing our faces up to get cut off. Or worked out who would be the best indentured servant. Why the hell would we risk letting this fat cat live? Bollocks if I know. Maybe he's waiting for the perfect moment to end us over to those snatchers in the Rye. Fat chance. Ja, als ob ich hier nicht einschreite. Mir ist egal, ob er ein Gentry ist oder nicht. So, wer bist du und was machst du hier? Oh, nein, okay. That was rather ruthless of you, Old Bean. Siehst du, ich bin aus Westminster mit einem ziemlich ordentlichen Ziel in mir. Ich bin aus den höheren Rungs der Gentry, und ich wollte mich für meine Werteidigte zeigen. Ich habe schnell herausgefunden, dass es die große Herausforderung war, um die Werteidigung zu verhindern. So, ich habe Freunde, wundervolle Freunde, bei ... ... Masking meine Akzent und Blending in. Together, ich sette sie auf die Sicherheit in West-Minster, wo ihre Leben verbesserte. Alles war gut, ... 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 Das ist genau das, wenn du in die Bildung kamst. Ja, ich glaube, dass da einfach keine Alternative sind. Die Schravenger-types, du kennst. Ich habe eine Art, um ihre Standards zu verhindern, und sie zu Sicherheit in Westminster. Es scheint, aber auch, dass die Troublemakers immer noch nicht mehr als eine Chaotik-Mob bleiben. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für deine Unterstützung. Du bist sehr hilfreich. Hier sind deine guter Rewards. Neun Tickets. Es war wirklich schockend, wie mein eigener Konrad mich so betrachten könnte. Neun Tickets. Wtf. Das ist nix. Vielleicht soll ich doch noch draufschießen. Ah, ne, komm. Vielleicht hilft mir das ja, in meinem Süß da reinzukommen, wenn ich da Freunde habe. Oh, noch mehr Füchse. Hä? So, man kriege ich keine XP mehr dafür, die umzulegen. Stop war. Hm. das ist ein bisschen spät war eine sorge der wort sich schon selber gestoppt ich weiß noch nicht was das ist nur Hooligan! wo kommt der denn jetzt her und wie lange ist das letzte speichern her bitte sagt mittelser speichern war als das sind schon verlassen nichts machen ich kann nichts machen oh mein gott und waffen nicht weg sind ich hasse es hat noch mal ich habe Er hat wohl schon... Bollocks, wenn ich weiß. Das ist eine Chance. Er hat ein Leben. Da hinten? Ja, basicly... Oh, hier sind computers. Geht so. Ich denke, du hast mich mit der Hoffnung, dass du einen Reward bekommen hast. Wie... Extraordinary. Hier ist dein Reward. Sechs Tickets! Wahrscheinlich ist das Machine Gun, hä? Ich hasse ja alle, ne? Hoffen wir einfach mal, dass das keine... Ich kann nicht mehr save und nicht mehr laden. Ah! Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Jetzt klappt es wieder. Meine Güte! Ich habe das jetzt viermal nochmal nachgespielt. Auf der Treppe da vorne. Und jetzt ist es jedes Mal verpackt. Ich hatte diesen Bug noch nie in Fallout 4, by the way. Ich glaube, das hat was mit den Quick-Saves zu tun. Ah, diesmal sehe ich euch von hier aus schon. Hoi! Oh mein Gott! Ich habe jetzt noch ein paar mehr von denen. Oh mein Gott! Ich habe jetzt noch ein paar mehr von denen. Ich habe jetzt noch ein paar mehr von denen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wieso trifft er den nicht? Da! Das ist ein Ingenieur-Armor. Das ist jetzt. Oh, echt beschissene Amore. Wo ist denn das? Dahinten. Das ist echt weit. Ich glaube, dann gehe ich mal kurz zurück zum Singens im Hideout und beende die Folge für heute. Oh, wir sind bei fast 40 Minuten, das ist nicht zu viel. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye!